Dieser Döner ist einfach zu wild. Nicht nur besteht das Dönerfleisch hier einfach aus saftigem Steak, sondern sind auch die Soßen, die mit Abstand besten, die ich bisher in NRW hatte. Und wie immer glaubt ihr nicht, wie sehr ich mich auf diesen ersten Bissen gefreut hab. Absolut Endlevel, bester Döner NRW, zweitbester Döner deutschlandweit. Und ich muss euch echt sagen...